Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einer Folge von dem 4-Player-Expert-Mode-Let's-Play. Heute haben wir mal wieder etwas echt Lustiges vor. Wollten wir nicht meinen? Nö, ich wollte nach rechts weitergehen. Okay. Da werden wir nicht eine schreckere Waffe haben. Das stimmt. Das soll ich nicht tun. Wir haben nämlich ein bisschen aufgestockt. Max und Costa haben jetzt das Enchanted Sword. Ihr kennt's. Das Beam Sword ist es nicht, ne? Der Sonne ist Enchanted, right? Das ist Enchanted Sword, das ist genau. Richtig. Und ich krepier hier gleich von einem Stoß. Damn. Also, ich hoffe, euch haben die ersten Parts gefallen und wir spielen auf jeden Fall noch bis zum Ende durch. Also kommen noch mehr und mehr. Was machst du? Ich mach hier eine Plattform. Oh wow, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Viel Spaß. Viel Spaß da unten. Tschüss. Nee, ich komm da echt nicht hoch, Leute. Eigentlich kommt man wieder da hoch. Ich bin wieder da hochgekommen. Ich nicht. Puh. Ich bin ja nicht so schlimm. Springen. Au, au, au. Ich bin der Stärkste. Oh, warte, ihr habt ja mittlerweile neue Waffen. Hab ich gerade. Ja, trotzdem. Das Enchanted Sword ist zwar stark, aber ich... Doch, es ist der Stärkste. Das ist genauso wie fucking Python in Shellshock. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Stärkste. Oh, ja. Warten. Endlich, endlich. Ich hab mir die ganze Zeit hier kurz davor gestommen. Guck mal. Guck mal. Okay, das ist keine Hüte. Das sind fünf Stück gleichzeitig gewesen. Oh, ich hab vergessen, dass im Expert-Mode das kalte Wasser gibt. Oder den Effekt von Kalte Wasser. Äh, nee, das ist nicht nur der Expert-Mode, das ist auch im normalen Modus. Hä? Nein. Doch. Echt jetzt? Ja, das hat mich so vollkommen gewundert gehabt. Das hab ich so selten im... Das ist komisch. Hier kommen wir nicht weiter. Rope. Ropes. Rope. Let's a go. Ich hoffe, wir finden die Ice-Skates. Jetzt kommen die alle schon wieder hier hin. Verpasst euch doch noch. Also, okay. Die machen so geschaden. Aua, aua, aua. Ja, die machen ein bisschen. Ja, ich bin jetzt gleich wieder tot. Das war's schon mit dem Eis-Bio. Ja. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Großer Baum. Endlich. Ich komm nicht an diesen Ding. Hier ist ne Höhle. Kommt mal in die erste Waffe? Kommt mal in die erste Waffe? Kommt mal in die erste Waffe? Nein. Nein. Ich hoffe aber. Of course not. Uh, lass da gleich mal ne Fackel reinpacken, dass da noch jemand reinzieht. Nein, nein, würde ich nicht. Ich würde nicht die alle so komplett, äh, getrennt voneinander machen. Was ist in der Kiste da unten? Äh, nichts Besonderes. Ähm, nur ein Urb-Bag und Shine-Potions. Und, äh, ein Wild-Guide-To-Plant-Fiber-Cordic. Und ich gissen mit. Okay. Geht's noch weiter runter? Ähm, ich würd da nicht rein. Oh, oh. Warte. Ich würd da nicht rein. Doch, ich riskiere's. Ist das, oh. Doch, wir können ruhig durch. Das ist, hier drunter ist nur ne Höhle. Hier ist eine normale Höhle. Das geht nur scheinbar durch den Dungeon durch. Ich geh da mal hier rein, mal gucken, wo der alte Greis ist. Vielleicht finde ich ja auch noch ne Waffe für mich. Das muss ich riskieren. Das ist hier durchgraben, Max. Da ist Platin, das nehm ich mit. Ja, mach's. Leute, ich nehm mal noch ein paar Bücher mit. Und hier ist ein Goblin. Äh, guck mal, stimmt. Äh, guck mal, dass du alle Bücher, du am Anfang abbaust, für deine erste Magie. Ja, ich weiß. Also, erste gute Magiewaffe. Auch wenn ich jetzt gleich sterben werde, ist egal, solange ich... Haha, da haben wir grad synchroniert. Was ist das jetzt? Max? Ja. Ja, haben wir. Lol. Ja, man hat auch kurzzeitig synchroniert. Und ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich wurd nicht mal von den... Guck mal, wodurch ich gestorben bin. Ja, ich hab's gesehen. Och. Nein, leider hab ich noch keine Waffe. Oh. Also bin ich fast bei euch hier. Dann stirbst du einfach. Oh, ja, da bist du. Wir sind doch noch da. Oh. So lage ich mal ein bisschen Quickstack. Bücher könnte ich fast gebrauchen. Ja, ich kann das erste Haus bauen. Was sagtest du? Ich kann das erste Haus bauen. Nein. Also funktionieren. Bücher. Max, was sagst du? Ich sag nur, wer braucht bitte schön Bücher. Pff. Ich nicht. Pff. Nein. Ich finde nicht so, dass es der Einzelste exubiert und der Einzelste exubiert und der Einzelste exubiert ist. Oh, ein Baum. Ist halt wirklich so. Ist sau stark. So, hier sind noch Tränker. Ein paar Swiftness mache ich mal. Oh, gute Idee. Die sehen mich nicht auf der Bank. Oh, demonic altar in dem Baum. Okay. Kann passieren. Leute, ich habe jetzt noch ein paar Tränkel gemacht. Ja, es ist ein Mob. Ich kriege gerade Schaden. Was? Leute, ich komme zu euch. Ich erscheine. Uhu. Lang lebe mein Trupperstab. Stich dich ab. Komm her. Köde Piat. Oh, Leute, man slidet hier richtig geil. Ja, ist Eis. Macht Sinn. Partner-Look. Ja. Wie wäre es denn mit Hilfe beim Abbauen, ne? Ja, das ist noch kalt. Dann gehen wir auch schneller durch, ne? Was macht ihr da? Wenn zwei Leute gleichzeitig abbauen, dann geht es schneller. Wo seid ihr? In welchem Biom? Eis. Wir sind unten in dem Baum. Und da kann Eis. Also wir sind den Baum runtergegangen und dann durchs Eisbiom durch. Damn, ich muss mal nachkommen. Ich habe nicht mal ein Wormhole Potion. Also kann ich das nicht so leicht. Und ich werde von einem fucking Wurm verfolgt. Lang lebe dieser Wurm. Obwohl ich ihn gleich umbringen werde. Devourer. Oh, hier unten ist irgendwas. Oh Gott, 51 Schaden. Meinst du nicht Eis-I? Diese Spitzhacken sind so alle simultan. Warte, ich komme dazu. Ich erscheine. Ja, war alle Nuffer geplatzt. Hätte ich Mining Potions mitnehmen sollen? Ja. Hätte ich machen müssen. Oh, warte. Stopp, stopp, stopp. Das Wasser. Ich brauche Wasser. Okay. Mineralwasser. Da ist eine Kiste. Mineralde Wasser. Mining away. Oh Gott, wie weit seid ihr unten? Crap. Relativ weit. 500 Fuß, keine Ahnung. Ja. Fuck. Sorry. Flucht der hier einfach? Ich glaube, es hat... Ich darf das auf meinen Kanal. Okay. Wenn du das das... Wenn YouTube okay sagt. Ja. Ich meine, bis jetzt hatte ich noch keine Beschwerden. Ich meine, ich habe... Die kommen noch. Spätestens, wenn dieses Projekt zu Ende geht. Lopper. Ah, ich höre euch... Ich höre euch auf meinen linken Kopfhörer am meinen. Aua, das ist weird. Richtig. Ander springt da direkt erstmal rein. Crap. Nein! Ey, was soll das? Ihr kommt da schon durch. Das war André. Und da ist eine Eisne-Jest. Gieste? Was ist drin? Geier, erstmal wir haben looten. Puh, ich habe Boots. Was ist drin? Was ist drin? Also, ich brauche jetzt auf jeden Fall... Eine Eishöhle, wo auch Flink spawnen können. Ich muss jetzt fahren. Sind das diese blauen Boots? Ja. Nice. Ich brauche unbedingt die Hermes Boots. Ja, ähm... Hä, sie hat doch... Sie hat doch eine Art an Hermes Boots gerade bekommen. Ich habe euch da ein Seil hingepackt. Sag mal, über die es bleibt, du nimmst das nicht mit? Ja. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ich nehme die Kiste. Vielleicht doch Bleib brauchen. Ja, möglich. Kommst du da nicht raus? Doch, ich wollte nur die Kiste mitnehmen. Ach, ich dachte... Ja, ich wollte die gerade holen. Rubine! Rubi. Rubi. Was geht? Die Legende of Zelda Rupees. E's. Uff. F. No. Oh, wir müssen hier nach oben. Warum nimmt der nicht die Saphira mit? Da waren Saphira. Ja. Ich habe nicht genau hingeguckt, also... Ich auch nicht. Da, Flinkz, 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 Flinkz. Flinkz. Wo ist er hin? Kaltes Wasser. Wasser. Nein, die Fackel. Oh. Wurst, da oben ist was für dich. Da, da oben ist ein Crystal. Zwei sogar. Not bad. Da, 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 da. Dann bin ich jetzt auf 200. Echt jetzt? Ähm. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ähm, kompletter Stattstörung. Oh, oh, oh. Ja, ich habe jetzt 200 Leben, das reicht erst. Sehr gut. Dann zahlen wir die nächsten... Aua. Die nächsten teilt ihr euch irgendwie auf. Ja. Wenn ihr Flinkze sie bitte töten, danke. Ja. Äh, ich guck gerade, ist da was oben? Oh, da ist eine Shiverroot. Na, komm, ich gehe mal hier... Ich gehe mal hier nach unten, Max. Ihr, ihr geht einfach nach oben. Auch gut? Auch gut. Was machst du? Ja. Ah. Äh. So. Ah, da ist eine Falle. Da ist eine Falle. It's a trap. Oh no. It's a trap. Oh, wait a minute. Ah, Eis. Ähm. Kosta, rate mal, was du hier unten verpasst hast, als du gestorben bist. Was denn? Eine Eisruhe. Das ist nicht so schlimm. Oh, ich hab Flurry. Wie gesagt, warum wir noch Flinkze? Ich hab Flurry Boots. Einer von euch kann jetzt schneller laufen. Ich hab die ja auch. Oh. Dann können zwei von uns jetzt schneller laufen. Ich würde sagen, unser Krieger braucht die. Auf jeden Fall. Der Krieger. Der Krieger. Ja, das hat sich richtig wichtig. Ich hab sogar... Ich bin der Kaktusmann. Ich bin Krieger. Ich bin der Kaktusmann. Pff. Ähm. Ähm, okay. Kino? Das ist schlimm. Das ist echt schlimm hier, Holster. Right. Oh, da ist eine Unterwassertruhe. Ist das so? Irgendwas? Ist das so? Ja. Ja. Willst du meine Aufnahmen sehen? Oh, nicht gut. Ist das so? Eigentlich nicht, ne? Nö, nö. Boah. Ne? Oh, Mann. Da war was. Shit, ne? Ach ja, das Gute. Spektakulär. Komm, gehen wir mal wieder runter, oder? Spekulatius. Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Gleichfalls. Ich hab keine mehr. Ich hab nur noch Lebkuchen. Ich hab nur noch Löffelbiskuit, aber... Das sollte auch reichen. Bis morgen. Irgendwann. Nein. Okay, dann machen wir dann... Ey, Leute. Uh, ich falle langsamer. Wo wollt ihr hin? Wir wollen nach unten. Äh, okay. Erfreut, nein. Volk, nein. Ey, du Kackschleim. Komm her, wenn du Stress willst. Komm her. Zack. Zack. Tot. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Was ist da oben? Nein. Leute, da oben muss ich hin. Ich muss da hin. Warum ist da noch eine Falle? Oh, Mann. Oh. Kommst du mit hier nach oben? Ja, ich sterbe nur gerade ein bisschen. Ja, bis als Sterben ist ja auch mal gut. Was, ich baue Plattformen. Holzer? Also Pilze oder so? Ja. Ach, schöne Treppen. Ja. Was? Ich wusste tatsächlich voll lange nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Ich wusste bis jetzt nicht. Wusstest du nicht? Ich wusste voll lange nicht, dass man die Plattform als Treppen so benutzen kann. Achso. Ja, kann man nutzen. Hey, ich werde jetzt sterben. Doch nicht. Ich wäre gerade fast an einem Herzinfarkt gestorben. Da oben ist Wasser. Da würde ich nicht hin. Na? Dead. Ich wusste es. Ich bin nicht der Einzige, der dort stirbt. Da sind wir gekommen. Achso, hast du schon die Flurry Boots? Hier. Nein. Ich? Nein. Die sind sogar extra mit Movement Speed. Also ist jetzt glaube ich das Schnellste von uns. Holy shit. Alle sind so leicht schwach und eher buff. Buff Boy. It's me. Buff Boy. Speed. Oh mein Gott. Ja, Speed gefällt mir auch sehr. Es funktioniert nicht genauso wie die Hermes Boots. Assassin Speed. Oh nein. Ich fand das gerade so lustig. Assassin Speed. Ja, damit kannst du schneller laufen. Ja, aber die funktionieren genauso wie die Hermes Boots oder nicht. Weil es gibt auch noch die... What? Ich wurde in der Luft von einem Zombie getroffen. Wow. Ob das Flurry Boots oder so sind, macht keinen Unterschied. Die funktionieren alle gleich. Ich will nicht in der Nacht loslaufen. Die sind alle so richtig weit rechts. Wieso? Ganz schön rechts. Also... Rechte Bäume. Oh no. Irgendwie, da wirklich alles gut ist auf der rechten Seite. Also hättest du das... Nein, warte. Also... Diese Aussage kann ich mich jetzt nicht anschließen. Das ist so. Ich mein, Schnee ist rechts. Warte mal. Warte mal, Leute. Ich denke, da hast du das drüber jetzt weggeworfen. Ich denke doch nicht 70 Leute. Ah, mein erster... Mein erster starb. Dein erster? Nice. Jetzt bin ich auch endlich klasse. Also, ich hab endlich meine Klasse. Du bist... Ja, das bin ich sowieso. Du bist nicht. Das bin ich sowieso. Ich wollte gerade einen schlechten Witz machen, aber das funktioniert ja nicht, weil er hier nicht da ist. So, ich hab endlich meine erste Summe in der Wasser. Ah. Geht doch. Boah, wir erkunden gerade wie Meister, ey. Wir sind die Meister-Erkunder. Vor allem, ich hab schon mein stärkstes Pre-Boss-Schwert eigentlich. Ich könnte noch diese Schreine abfarmen. Wir sind besser als Dora the fucking Explorer. Äh, nein, ich glaub, das funktioniert so nicht mehr. Doch, funktioniert immer noch so. Doch. Echt, ist das Akalis gekommen? Ja. Oh. Nee, nicht das Akalis. Es ist nicht mehr das Akalis. Es heißt anders, es ist aber genauso wie das alte. Es ist nicht mehr so ganz so stark. Ah, Killers. Nein, nee, nee, es ist genauso stark noch, glaub ich. Echt? Ich dachte, die hätten, weil das eine so extrem stark war, das so ein Death-Item gemacht und hätten dann die andere Variante. Achtung, da unten ist eine Falle, ich kann das sehen. Macht's bumm. Nee, aber das sind Rubine. Gönnt ihr also nicht erstmal die Rubine hier weg? Ich hab ne Water-Chest auf dem... Äh, nee. Das ist die Falle. Ah, die Falle. Wie hell hast du das Spiel da eigentlich gestellt, dass du alles rundherum siehst? Äh, ich hab einfach gute Augen. Okay. Glaub dir, jeder. Glaub dir sofort, jeder. Ist so. Aber ich glaube, du weißt, ich hab keine guten Ohren. Manchmal. Warte, hier ist auch noch, glaub ich, was gewesen. Ne Höhle. Ja, bau mal schön das Zinn ab. Ein Zinn. Das Material aus dem... Äh, kommst du hier hin? Hier ist ne Höhle. Sei mal eine Zintlampe. Äh, da hinten ist noch ne größere Höhle. Also Leute, ich glaub, die ganze Folge wird nur aus Mining bestehen. Ja, für mich für Kunden. Ich bin jetzt ganz rechts. Oha. Naja. Und ich habe... Ich habe Water-Walking-Boots. Nice. Das heißt, wir haben jetzt alle Boots, außer einer. Schon wieder. Ja, nee, Water-Walking-Boots sind aber nicht schneller, machen Sie. Kannst du damit auf Wasser laufen. Oh. So, das bedeutet jetzt... Seid ihr schon unter das Meer gewesen? Schon auf der anderen Seite? Nein. Oder gehe ich auf der anderen Seite zum Meer? Auch links nicht. Toll. Ich komm mit. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal mal mit den Vitalian. Guck mal, ist das mein Vogel? Zusammen ist alles besser. Oh, dann hatte ich auch mal. Du erinnerst mich jetzt gerade an den... An dieser einen Person aus dem Final Fantasy Game mit einem Vogel im Haar. Ich glaube, niemand weiß, wen ich meine. Und hier ist das Ende von Schnipp-Jung. Tut mir leid, aber nee. Einfach. Nö. Nee. Computer sagt nein. Computer, stopp. Warte. Wo macht das denn da mit? Äh, wir haben schon 21... Fuck! Äh. Max, tu mir gefallen. Da unten ist ein Spinnen-Biom. Such da nach einer Truhe ab. Die Truhen sind einer der besten, die du finden kannst. Weil da ist der stärkste Enter im Pre-Hard-Mode drin. Ohne Witz jetzt. Der Dude hier in unserem Haus, der verkauft komisches Forest-Pilen. Ja, ja, das brauchen wir später. Brauchen wir noch nicht. Das ist sau teuer. Ich weiß, das brauchen wir aber später, auf jeden Fall. Äh, ich hab grad mich gemutet, um zu lesen. Und das tat fucking weh. Hast du ne Bleirüstung an, oder was hast du? Tim. Achso. Ich habe, ähm, Holz. Läu. Na, das wurde nicht eng. Äh, kommst du? Wollen wir los? Max, kommst du alleine klar, sonst geh ich mit den anderen mit. Äh, wartet ihr eben. Ich hab was für euch. Ich glaub, ich komm klar. I guess. Äh, hier, für dich. Max, ich hab noch ein Trident. Ich tu noch ein Trident in die Kiste rein. Okay. Einer für jeden. Oh yeah, ich hab aber zwei Stück eingesammelt. Achso, ja, der andere ist für Kostavro. Und zu Regen. Hab ich den gerade? Und Granaten. Ah. Äh, so. Ah, danke. Äh, jetzt warte eben. Wenn wir schon auf der anderen Seite sind, dann angle ich auch. Ich hab dir Würmer gegeben. Soll ich auch, ne? Oh, ist das wirklich. Ich brauche nur noch ein Angel. Holzangel. Äh, Angel, 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 Angel. Da. Good Anata! Mach mir mal auch eine. Äh, brauchst... Ja, doch, komm. Du hast keine Küder, ne? Das ist das Problem. Ne. I can't see anything. Ich geh nur nicht bis dahin, wo ich rein muss. Willst du nicht mal die Barren schmelzen? Wir haben 60. 60 von den Silber, oder... Nerf, geh doch mal da aufseits. Ich kann nicht in die Kiste rein. Mein Gott. Alle stören mich da. Immer am stören. Arrage quittet gleich. Ich hab sechs Gold. What the fuck? Ich hab ne goldene Truhe gefunden. Hier haut Schildo. Wieso bist du so ein Speedo Gonzales und rennst? Crap. Ich hatte gerade invertierte Steuerung. What? Wie? Oh, warst du verwirrt. Es gibt einen D-Buff, das heißt Verwirrung. Oder verwirrt werden. Irgendwie so. Oh, der wirft mit Knochen nach mir. Ey. Das ist ein Skelett. Daybloom. Brauche ich. Ich brauche Daybloom. Sehr wichtig. Ist die schon fast tot? Wir sind nicht mal einen Kilometer gewandert und du stirbst schon. Ich bin zu hoch gesprungen. Ich hab hier das Band of Regeneration mit plus 20 Mana. Das brauche ich dann. Perfekt. Das Band of Regeneration braucht der Magier. Genauso wie die Mana Regeneration. Denn ich bin A. Verdammt schwarf. Spinn. Geht weg. Oh. Ich hab den Vogel genau getroffen. Und da ist Piranha in dem Haus. Geil. Hast du noch Heil-Items? Ich hab nämlich sonst Tränke für dich. Heil-Items? Ich hab welche, ja. Ich kann auch bessere Heil-Tränke machen. Ach, Heilung. Ich kann nämlich mit den Glows-Rooms noch ordentlich was anfangen. Die ich noch hab. Oh Gott, das war doch von mir. Gut, dass ich mich gedamaged blockt habe. Wie du da reingesprungen bist und da bist. Oh. Okay. Speedy Gonzales ist auf dem Weg. Aber du hast keinen Swift-Ness Potion mehr. Naja, egal. Ja, der hat trotzdem. Sie ist trotzdem schneller als wir. Ja, du kannst dir einen Speed-Potion aus meiner Truhe unten rausnehmen. Alles gut, ich bin schon unterwegs. Burger. Hamburger. Hamburger. Der ist fucking stark. Weißt du, was der macht? Ich war als Outsetser. Yes. Hamburger. Ich bin immer noch für den Kuchen. Also wir müssen brauchen unbedingt eine Party. Hamburger. Max, du bräuchtest dir eine Hamburger. Denn das gibt dir schön viele Stat-Boosts beim Boss. Und da du ja eine... Obwohl Melee-Kämpfe beim Auge von Cthulhu... Hä? Ja, er hat doch die Projektile vom Star-Head-Sort. Stimmt. 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 Ich hab noch Platin gefunden. Nice. Pokémon. Haha. Pokémon Platin. Oh. Jetzt kommt die mit durch. Guck mal, das fand Lisa jetzt so lustig, dass sie erst mal gestorben ist. Ich hab eine Kokosnuss. Da bin ich gerade selbst mitbegangen. Nein, ja. Oh. Suicide is badass. Sick. Sick. Ey, André, ich hab ein Geschenk für dich. Oh, oh. Oh, hi. Hi, 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 hi. Hola. Kierdes? Ich unterstütze dich leicht. Oh Gott, macht der Schaden? Natürlich macht der Schaden. Oh, da ist der Angler. Er ist gut. Hey, der war vorhin auf der linken Seite. Ah, auf der rechten Seite. Ja. Jetzt ist er hier. Was ist das denn? Seeschnecke. Die gibt dir... Oh, oh. Deine Internation wieder. André, komm mal her. Yes. Das ist doch eins. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Und tschüss. Oh. Da teleportiert er sich einfach weg? Ja. Warum nicht? Ich hab keine Recoil Portions mehr. Oh, da bist du ja wieder. Ich hab noch 19. Oder hab ich noch welche dabei? Es gibt ja immer die Option zum Sterben. Keinen dabei, nein. Scheiße. Ich hab ja noch Shuriken. Oh, Shuriken sind... Shuriken. Exakt. Und, gibt's Finches unter dem Eisbio? Ja, er hat sogar einen gekillt. Hoffentlich. Hat er auch Flinks bekommen? Gute Frage. Aber, das ist eine Frage für die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wird mir sehr weiterhelfen. Und dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von dem 4Player Expert Mode Let's Play. Bis dann und ciao, Leute. Tschüss.